Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aber gegen eine Sache auf der Welt kannst du dich nicht schützen oder verteidigen Und wenn es dir passiert, verleiht es dir Flügel Herzklopfen, hast du gesagt, Mama, ist die schönste Musik, die es gibt Vor allem, wenn man verliebt ist Ich weiß immer noch, wie dein Herz klingt Aber ich weiß auch, wie stille klingt Erstmal begann alles ganz normal Ich habe dir einen Brief geschickt Mist Also, fast ganz normal Ich weiß nicht so genau, wo man hinkommt, wenn man tot ist Aber ich bin mir ganz sicher, dass es voll in Ordnung ist, dort, wo man landet Und noch eine Frage habe ich an dich Warum kommt Rocco, der tollste Junge der Welt, genau in dem Moment vorbei, wenn man ein Brathuhn vom Baum retten muss? Hey! Hey! Ähm, alles okay da oben? Wie war es bei deinem Kletterkurs? War super Du bist gewachsen in den letzten Wochen Du auch? Oh, ähm, sorry Ich meine, steht dir gut das Klettern Ciao Heute war Herr Wildstädter dran Hm, du brauchst einen extra langen Sarg Und eine gewisse Franziska Dann arbeitest du von zu Hause aus Ja, zwischen zwei Leichen kann uns Papa mal eben ein Butterbrot schmieren Aber keine Sorge, Mama Wir haben uns auch um sie gekümmert Mach doch mal den Kadaver laut Oh ja Warte, Franziska, es gibt doch noch Dessert Das ist ein Expressbrief Bitte nicht trödeln Heute kommt schon wieder eine zum Abendessen Das ist der Blind Date Nummer 15 Dann arbeitest du von zu Hause aus Ja, zwischen zwei Leichen kann uns Papa mal eben ein Butterbrot schmieren Warte, Franziska Wir haben etwas abgemacht Warum musstet ihr Franziska so behandeln? Hey! Warum kommt der tollste Junge der Welt Genau in dem Moment vorbei Wenn man ein Brathuhn vom Baum retten muss? Ich bin so sehr verliebt Ich kann fliegen Bist du sicher, dass er deine Gefühle sehen will? Konzentration auf die wichtigen Wer will den Sarg aufmachen? Oh, sie hört Wir müssen lernen, mit Veränderungen klar zu kommen Nein, 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 Papa Jetzt sitzen was? Das Leben kann schön sein Und traurig Und manchmal sogar beides gleichzeitig Gruppe Umarmung Wie Himbeer mit Senf Wenn du cool wärst, würden sich die Frauen auch in dich verlieben Dann ist es auch Schnurz, dass wir Leichen im Keller haben Tschüss